Um unterwegs einen Fluss oder einen Bach, so wie hier, Trinkwasser zu gewinnen, wird ein mobiler Wasserfilter benötigt. Hierfür ist die Firma Katadin seit Jahrzehnten Marktführer und bietet einfach anzuwendende, robuste und qualitativ hochwertige Wasserfilter. Ich möchte Ihnen hier drei vorstellen, die ich für diesen Zweck am besten geeignet halte. Das ist einmal der Katadin Mini, dann der Katadin Kombi, und der Klassiker, der Katadin Pocket. Wer sollte jetzt nun welchen kaufen? Der Katadin Mini ist ideal rein für die Notfallvorsorge, wenn man sagt, ich brauche nie einen Wasserfilter für Einzelpersonen oder Singles oder für einen Notfallrucksack. Der Filter ist ganz klein und handlich. Sie sehen das hier. Die Verwendung ist bei jedem Filter immer sehr einfach. Das geht durch ganz einfache Pumpbewegungen. Wie man die Filter im Einzelnen anwendet, das erkläre ich Ihnen in separaten Videos. Der Katadin Kombi filtert bis zu 50.000 Liter Wasser und ist daher geeignet für Familien, für Gruppen oder auch, wenn man andere Leute helfen will. Man kann auch Aktivkohle verwenden und der Filter sieht folgendermaßen aus. Als drittes dann den Klassiker, den Katadin Pocket. Auch der filtert bis zu 50.000 Liter. Die kann man Zusatz kaufen, um auch Aktivkohle zu verwenden. Und das ist ein Filter, der extra ein robustes Alugehörse hat. Also für alle, die tatsächlich viel draußen unterwegs sind und Outdoor-Aktivitäten machen. Der Filter sieht folgendermaßen aus. Und wie gesagt, in einzelnen Videos erkläre ich Ihnen dann die genaue Anwendung. Das sind die genaue Anwendung.